Ja, Freunde, was wäre Weihnachten denn ohne Geschenke? Jetzt hatten ja viele immer Hauen Giveaways raus und so. Wir wollen uns natürlich nicht lumpen lassen. Wir haben da nämlich auch einiges vorbereitet. Jetzt haben wir nun mal die Idee gehabt und zwar, dass es einen Gewinner gibt und der Gewinner eigentlich noch einen anderen Gewinner mit teilhaben lassen kann. Das heißt, ihr gewinnt, ich packe alles mal zwei und du und dein bester Kumpel oder beste Freundin könnt euch diesen Gewinn teilen. Das heißt, ihr müsst aber nicht teilen, ja, wer kriegt jetzt das Headset? Nein, ihr kriegt beide dasselbe. Ich packe das jetzt mal hier für euch. Das heißt, natürlich, ihr braucht zwei Headsets. Das kommt alles hier in meinen Karton rein. Also zweimal. Dann natürlich auch zwei Mäuse, ganz klar. Zweimal Mauspad. Oh, einen Moment hier. Auch gar nicht so leicht, das ganze Zeug. Kommt alles hier schön in den Karton rein. Dementsprechend bekommt ihr aber auch noch zwei Rockband-Shirts. Zwei Madcat-Shirts in grün. Die finde ich eigentlich ganz cool. Und natürlich, weil Winter ist, auch noch zwei dicke, kuschelige Rockband-Pullis. Ich würde sagen, das ist ein ganz nettes Paket. Ihr seht ja, hier steht auch noch einiges ein bisschen rum. Das gibt es aber auch nochmal die Tage. Das ist erstmal das Doppelbündel für dich und deinen besten Freund oder Freundin. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz einfach, markiert den einfach. Markiert einfach den, der das verdient hätte. Und somit machst du dich eigentlich auch selber zum Gewinner. Und für den Rest von den Sachen einfach immer schön dranbleiben. He he, ich habe natürlich ganz vergessen, bis wann das geht. Und zwar bis 21. Dezember. Das heißt, das ist der Montag. Am Montag ziehen wir dann Gewinner. Wir schreiben dich dann an. So, dass das natürlich noch pünktlich zu Weihnachten unterm Baum liegt. Dementsprechend immer schön aufpassen. Bis zum nächsten Mal.